Tom's Talk Time, Folge 460. Tomstalktime.com, der Erfolgs-Podcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaunis. Hey, schön, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Episode geht es um die Geheimnisse der Millionäre, nämlich wie die meisten Millionäre es schaffen, eben Millionär zu werden. Das würde dich vielleicht überraschen. Bevor wir dahin kommen, habe ich noch zwei andere Dinge. Und zwar zum einen noch mal ein ganz, ganz großes, fettes Dankeschön. Denn es gab nämlich wieder jede Menge Rezensionen auf iTunes. Und zwar von Rainer von Massenbach, Nase555netz, Frey Farnsworth, von Michael Tischer, Thorsten Brandt, MS887, Nikolaus16, Dieter Luczenka, Chris Rollbon, Ulrike Giller, Melanie Mittermeier, Love Coach. Vielen Dank für euch, für eure genialen Rezensionen. Wie gesagt, jede einzelne lese ich und hole mir für mich mein Feedback raus, was ich verändern kann, was ich verbessern kann und so weiter. Denn man will ja nicht stehen bleiben, sondern ich will dir wirklich den geilsten Podcast bieten, den du einfach hören kannst. Und daraufhin zielt auch schon gleich meine nächste Frage ab. Denn wir sind jetzt bei 460. Ich kann es immer noch nicht glauben, echt ohne Scheiß. Das heißt, wir haben bald 500 Episoden Tom's Talk Time. Und ab der Episode 500 möchte ich wieder ein bisschen was ändern. Und zwar nicht, weil ich es ändern möchte, sondern weil oder ob, ich weiß es nicht, du was ändern möchtest an meiner Show. Und zwar geht es um die Interviewfragen. Es gibt zum Beispiel, eine der Fragen ist ja die Frage nach der Parallelwelt zum Schluss. Was würdest du tun, sieben Tage und so weiter. Und ich glaube, ich habe keine Frage, die so kontrovers diskutiert wird, wo ich so kontroverse E-Mails bekomme, wie auf diese Frage. Die einen lieben sie, die andere hassen diese Frage. Und für mich stellt sich jetzt einfach die Frage, soll ich diese Frage mit drin lassen ab der Episode 500? Und vor allen Dingen, welche Fragen würdest du meinen Interviewpartnern gerne stellen? Also, welche Antworten beziehungsweise Fragen würdest du dir in diesen Interviews wünschen? Wo soll ich die Leute kitzeln? Was soll ich aus denen rauslocken? Also schick mir doch einfach mal deine Wunschfragen an folgende E-Mail-Adresse, an die redaktion.tomstalktime.com. Also einfach deine Wunschfragen an redaktion.tomstalktime.com. Und ich schaue mir einfach die ganzen Fragen an und werde mir einfach die Fragen, die die meisten Überschneidungen haben, die werde ich übernehmen oder die natürlich auch sinngemäß in die gleiche Richtung gehen. Die werde ich dann übernehmen und ab der Episode 500 wird es da nochmal eine kleine Änderung geben, damit wir wieder ein bisschen frischen Wind in dem Podcast natürlich drin haben. Wenn du jetzt aber sagst, um Gottes Willen, Tom, bloß nicht, lass das Ding so, wie es ist, dann kannst du mir natürlich auch gerne schreiben und sagen, ändere nichts an der Sache. Dein Wunsch ist mir Befehl. Die Show soll dir gefallen und dir Mehrwert bringen. Das ist mein höchstes Ziel. Also ich sage jetzt schon mal vielen Dank dafür und freue mich wirklich auf deine Fragen. Wenn du den Podcast natürlich erst später hörst und schon die Episode 500 schon rausgekommen ist oder sein sollte, dann brauchst du mir natürlich keine Mail mehr zu schicken. Das ist schon klar. Aber alles vorher kannst du mir wirklich noch deine Mail schicken und ich versuche dann die Fragen natürlich dort mit einzubauen. So, in der heutigen Episode geht es um das Thema, wie wird man Millionär? Gibt es irgendwelche Übereinstimmungen bei Millionären, bestimmte Gewohnheiten, ja oder nein? Die Grundlage für diesen Podcast bietet eine Show, die nennt sich die Dave Ramsey Show. Dave Ramsey ist ein Kollege aus den USA und er hat schon mittlerweile über 8000 Podcast Episoden und auch Videos online über 8000 und Dave interviewt generell nur Millionäre über deren Weg, wie sie es geschafft haben, die Millionen zu bekommen. Und was interessant ist, sehr viele Millionäre waren vorher auch hoch verschuldet. Und er hat einige Dinge festgestellt und die möchte ich dir heute verraten. Was ich persönlich auch sehr spannend fand, war, dass 80% aller Millionäre in den USA Selfmade-Millionäre sind. Also 80% haben das Geld eben nicht von Mama, Papa, Oma, Opa geerbt, sondern haben es wirklich komplett selbst gemacht. Um es vorab zu sagen, was keine Strategie ist, Millionär zu werden, ist Lotto zu spielen oder Berufswünsche wie Rockstar zu werden, Schauspieler, Profisportler, ja. All diese Kategorien, die ich gerade genannt habe, fallen unter weniger als 1% aller Millionäre. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du es mit einem von diesen vier Möglichkeiten schaffst, die ist doch relativ gering. Das Entscheidende, was Dave herausgefunden hat bei seinen ganzen über 8000 Interviews, ist, dass das Wichtigste bei den Millionären ist immer das, warum sie eben die Million machen wollen. Und oft ist es auch gar nicht so, dass das Ziel ist, Millionär zu werden, sondern, dass man einfach etwas tut, was man liebt und dadurch dann Millionär wird. Denn auch nur dann hast du wirklich den bestimmten Grund, warum du jeden Morgen einfach aufstehst und deinen Weg einfach weitergehst. Die nächste große Gemeinsamkeit, die die Millionäre, fast alle Millionäre gemeinsam haben, ist ein konsequentes, regelmäßiges Investment. Viele Leute sagen immer von wegen, ja, ich spare dann, wenn ich mehr verdiene, dann fange ich an zu sparen, weil jetzt habe ich ja, ich verdiene so wenig, da kann ich noch nicht sparen. Und genau das unterscheidet die Selfmade-Millionäre von den eben Nicht-Millionären oder von den Möchtegern-Millionären. Denn die Selfmade-Millionäre haben wirklich angefangen, von Anfang an regelmäßig über viele Jahre sich immer einen Teil des Einkommens auf Seite zu legen. Und wenn das nur 10% des Einkommens sind, wenn es nur 50 Euro im Monat sind, wenn es 100 Euro im Monat sind, wenn es nur 10 Euro im Monat sind, völlig egal. Aber Regelmäßigkeit, das ist das Schlagwort hier an der Stelle, regelmäßige Investments. Nicht ein Monat ja, ein Monat nein, denn wir alle können uns vielleicht noch daran erinnern, an diesen Zinseszinseffekt, den man damals in der Schule mal durchgenommen hat, wie stark sich die Zinseszinsen auswirken. Und mit Zinseszinsen meine ich jetzt nicht die klassischen Zinsen auf dem Sparbuch, weil ich meine, damit schafft es keiner zum Millionär, wenn man regelmäßig 10 Euro oder 50 Euro aufs Sparbuch legt, sondern man sollte es natürlich sinnvoll investieren. Die Masse der Millionäre, das, was Dave rausbekommen hat in seinen ganzen Interviews, war, dass die Masse der Millionäre zwischen 15 bis 17 Jahre gebraucht hat, um Millionär zu werden. Jetzt könnte der eine oder andere natürlich denken, oh Gott, 15 Jahre, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Aber überleg einfach mal rückwärts. Stell dir mal vor, du hättest vor 15 Jahren angefangen, jeden Monat ein paar Euro auf Seite zu legen und die sinnvoll zu investieren und wärst jetzt heute Millionär. Hätte sich das gelohnt? Und tut es dir weh, wenn du 10% des Einkommens auf Seite legst? Ich denke, die meisten schaffen es, sich 10% irgendwo auf Seite zu legen. Und da ist halt auch das Wichtige, dass man, wenn man das Geld bekommt, sprich, wenn man seinen Monatslohn bekommt, dass man als allererstes 10% auf Seite legt und nicht eben am Ende des Monats, dass man sich sagt, naja, ich schaue mal, das, was übrig bleibt, lege ich auf die Seite. Nein, ich glaube, das wissen wir beide ganz gut. Das wird nie und nimmer funktionieren. Denn egal, wie viel Geld du im Monat verdienst, am Ende des Monats wird das Geld in der Regel weg sein. Von daher ist es wichtig, dieses regelmäßige Investment und das regelmäßige Sparen am Anfang des Monats gleich auf Seite zu ziehen. Sehe es so, dass du dich selbst zuerst bezahlst. Das ist dein Lohn dafür, dass du dich selbst auch managst. Und dafür, dass du arbeiten gehst, legst du dir 10% auf die Seite, die investierst du und das andere Geld, damit bezahlst du deine Lebenshaltungskosten und Spaßgeld und was auch immer. Der nächste Punkt, der die ganzen Millionäre vereint, ist das Thema Großzügigkeit. Mit Großzügigkeit meine ich nicht verschwenderisch sein, sondern Großzügigkeit heißt, großzügig zu sein. Großzügige Menschen, Menschen, die gerne auch was zurückgeben von ihrem Geld, sind automatisch attraktiv, sie sind glücklicher, sie haben einen gewissen Sinn im Leben, sie fühlen sich wohl, sie sind auch gern gesehen, sie haben einfach eine ganz andere Ausstrahlung als irgendwelche geizigen Kerle, die alle nur auf ihrem Geld sitzen und jeden Cent irgendwo zusammenkratzen. Viele Millionäre, zumindest hier laut Daves Recherchen auch wieder, sind Millionär geworden, weil sie großzügig waren. Und sie sind nicht großzügig, weil sie Millionäre sind. Also das ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass sie vorher schon großzügig waren. Ja, weil auch da kommen wieder viele, die sagen, naja, ich habe ja momentan kein Geld und ja, ich spende erst Geld, wenn ich, keine Ahnung, 10.000, 100.000, eine Million Euro habe. Erst dann kann ich was Geld spenden, jetzt geht es noch nicht. Denn auch da kommt es wiederum nicht auf die Summe an, ob du 5 Euro spendest, ob du 50, 500 oder 5000 oder noch mehr. Auch das ist prinzipiell völlig egal. So, wie du dich selber wohlfühlst und wie es zu deiner Lebensweise passt. Denn was er auch hier sagt, das leuchtet mir auch wieder völlig ein. In dem Moment, wenn du Dinge, wenn du etwas zurückgibst von dem, was du bekommst, strahlst du das wieder ganz anders aus. Du ziehst andere Menschen wieder damit an. So Stichwort Law of Attraction, also das Gesetz der Anziehung. Du ziehst gleichgesinnte Menschen wieder an. Dadurch ergeben sich wieder ganz andere Deals, coole Geschäfte, die man miteinander abschließen kann, Möglichkeiten, die sich einen auftun und so weiter. Und schon kommst du wieder auf das nächste Level und dich bringt es da auch wieder weiter. Also, nochmal kurz zusammengefasst. 80 Prozent aller Millionäre sind Selfmade-Millionäre. Das heißt, die haben echt was für ihr Geld getan. Die sind nicht der Strategie gefolgt, Lotto zu spielen oder Rockstar werden zu wollen, sondern die haben irgendwas anderes getan, wirklich ein Business aufgebaut, was die lieben, wo die wirklich Spaß dran haben. Und der absolute Key-Faktor ist auch, dass sie regelmäßig kontinuierlich Geld investiert haben. Einen gewissen Prozentsatz vom Einkommen gleich am Anfang des Monats auf die Seite gelegt und das wirklich Monat für Monat, Jahr für Jahr, bis es soweit war. Und niemals diese goldene Gans geschlachtet, weil jetzt gerade ein neues Auto ansteht oder weil dieses oder jenes ansteht. Dafür kannst du dir nochmal ein Extrakonto einrichten mit nochmal weiteren 10 Prozent, wo du dann so deine größeren Investments von bezahlst, wenn eben solche Sachen mal sind oder dieser Notgroschen, wenn Auto kaputt geht, Waschmaschine kaputt geht, sowas in der Richtung. Der nächste große Punkt ist die Großzügigkeit. Das heißt auch einfach etwas von seinem Geld zurückzugeben und auch da einfach so, wie es in das eigene Leben passt von der Menge. Es müssen nicht immer die gigantischen Beträge sein. Oft ist es einfach toll, wenn man mal 5 Euro, 10 Euro, 50 Euro irgendwo mal spendet. Das fühlt sich unheimlich toll an. Also in diesem Sinne, ich hoffe, die Episode hat dir was gebracht und würde mich freuen, wenn das so ein paar Bausteine sind, die es dir ermöglichen, deinen Weg zur ersten Million zu beschreiten. Viel Spaß dabei. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du es endgültig satt, dir von deinen Kunden auf der Nase rumtanzen zu lassen? Dann melde dich jetzt auf umsatzrakete.com zu meinem nächsten Webinar ab. Dort zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast jede Menge neuer und qualifizierte Kunden für dein Business gewinnen kannst. Umsatzrakete.com Und zu guter Letzt denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Tschau, dein Tom